Der Medientechnikverteiler und der Stromverteiler befinden sich jeweils im Vorraum der zugehörigen Wohnung. Dies ist der Medientechnikverteiler. Im Medientechnikverteiler befinden sich die Leerrohre der einzelnen Reservedosen für die Datentechnik und die Antennen- bzw. Satztechnik in der Wohnung. Ebenso befindet sich in diesem Verteiler die A1-Splicebox. Die Leerrohrung dieser Leerrohrung endet jeweils im Medientechnikverteiler im Vorraum. Dies ist der Elektroverteiler. Hier befinden sich die Absicherungen der einzelnen Stromkreise der Wohnung. Anhand der Legende ist ersichtlich, um welchen Stromkreis es sich handelt.